Da seht ihr die Starter-Batterie so rum, stand die vorhin nicht. Nee, die stand andersrum. Und die Kabel, die passten so wunderbar, richtig schön von der Verlegung her, so wunderbar an die Anschlüsse dran. Ja, der Rasenfreak, der hat nicht auf Plus und Minus geguckt. Ich hab die Plus- und die Minus-Pole vertauscht. Ja, es gibt jetzt bei Toro eine Startroutine für solche Maschinen. Die Hydraulik war völlig leer. Und damit die Pumpe wieder erstmal Öl kriegt und nicht die Belastung so hoch ist, muss erstmal der Motor gestartet werden, ohne dass er zündet. Das heißt, man zieht hier einen Stecker ab von der Dieselpumpe. Das soll man jetzt 30 Sekunden laufen lassen. Und jetzt soll man starten. Jetzt stecke ich den Stecker rein, dann muss ich nochmal pumpen, damit der Diesel an die Dieselpumpe kommt und dann soll der anspringen. Das ist jetzt der entscheidende Moment. So, gut, gesteckt. So, jetzt bin ich wieder gespannt, ey. Glühen. Yeah! Oh, läuft der geil! Ah! 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 Zwei Leitungen vertauscht. So, lieber Rasenfreaks, es ist jetzt soweit. Die Räder dreht in die unterschiedliche Richtung. Ich muss das rechte Rad nochmal umschrauben, die Hydraulikschläuche nochmal tauschen. Jetzt drehen beide Räder in die Vorderrichtung und es folgt, wenn es gut läuft, der Rollout. Schatz, verlängst, 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 verlängst. Ich denke, das fehlt wohl. 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 Wir gucken, ob irgendwo Öl ausläuft, dann sieht alles gut aus. Murphys Law, was schief gehen kann, geht schief. Ich denke, das ist gut. 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 Ich denke, das fehlt wohl. Ich denke, das ist gut. so jetzt hat der motor komplett überhitzt das kühlwasser hat gekocht keine ahnung was das jetzt ist jetzt öffnet er anscheinend irgendein ventil nicht also jetzt sind es schon noch ein paar anfangsschwierigkeiten aber so muss das sein es ist brutal heiß heute haben den 25 juni und hier ist die mega hitze werden heute 35 grad hier sind es immer noch 31 grad abends um halb acht ich habe leider hier fünf fehler gemacht und jetzt versuche ich gerade den vorletzten fehler zu beseitigen und nacht fiel mir ein ich habe vielleicht hier in dem schlauch mein papier stopfen vergessen es ist furchtbar jetzt hoffen wir mal dass der wirklich noch da drin ist und dass deswegen die kühlung versorgt hat das ist doch fatal da sieht man nix es kann es nur noch sein dass der stopfen ganz oben hochgerutscht ist bis vor die pumpe auch mann Okay. Nix tun, Scheiße, nix drin. Das war's nicht, Freaks. Jungs, er lag hinter der Maschine. Ich hab das nicht gesehen. Ich hab ihn. Ich hab den Stopfen. Yes! Ich hab das nicht gesehen. Ich hab das nicht gesehen. Ja, das war's. Der Torromet. Ich hab's geschafft. Es scheint alles zu laufen. Ich hoffe, jetzt ist wirklich auch alles dicht. Ich muss jetzt immer schön die Hydraulik kontrollieren. Und ob irgendwo noch jetzt eine Unichtigkeit ist. Aber das sieht schon mal ganz cool aus. Cool. Fertig. Danke fürs Zuschauen. Tschüss. Fertig. Aaaaaah!